Jo, hey Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Part vom Schwitzdokumenter. Ich spiele hier direkt jetzt weiter, hab nur eine neue Lobby jetzt gesucht. Herrschaft auf Raid ist jetzt angesagt, immer noch 6 gegen 6 und ja, ich bin hier heute mal wieder alleine. Und ja, ich spiele hier immer noch jetzt weiter auf Nuklear. Ich will jetzt hier auf jeden Fall ein paar Nuklearmedaillen für euch hier spielen auf jeden Fall. So, mit welcher Waffe spiele ich denn hier jetzt am besten? MSMC, glaube ich. So, mal schauen, was jetzt hier möglich ist. Die Lobby sah ganz in Ordnung aus. Okay, der eine da hinten ist ein Sniper. 2-4. So, da war auch noch einer. Ich laufe, glaube ich, trotzdem hier durch die Mitte. Fuck, Schockladung. Okay, wo ist der? Ich glaube hier rechts. Ja. Oh, ich habe ihn nullmal angehittet, lol. Ach, der ist da immer noch, lol. Okay. Ich habe hier jetzt Glück gehabt, dass ich hier jetzt überlebt habe. Ohne Scheiß. So, wo ist denn hier noch ein Gegner? Konterdrohne raus. Drohne raus. Okay, hier rechts war einer. Oh, fuck. Okay. Den habe ich noch gesehen auf dem Radar. So, wie laufe ich jetzt am besten? Nein, er holt mich auch noch. Fuck, man. Egal, ich hatte viel zu viel Glück sowieso. Okay. So, ein neuer Versuch. Für eine Nuklearstreak. Hier unten ist einer. Tot. Tot. Okay, dahin. Oh. Ey, irgendwie hat die MSMC viel zu krassen Rückstoß. Ich glaube, ich muss mal einen Griff oder so reinpacken. Ist ja abnormal. Was ist mit der los? Die müssen immer die ganzen geilen Waffen downpatchen. Okay, Drohne raus. Ich hoffe, die Gegner haben keinen Geist. So, Konterdrohne. Ich warte jetzt mal kurz, bis hier einer kommt. Ich glaube, hier müsste gleich einer... Ja. Was sage ich? Lol, der hat die A-Flagge eingenommen. Schaffe ich das noch? Ich glaube nicht. Okay, der kommt jetzt hier links. Jo. Pumpe, du Hurensohn. Hat der echt einen Cholero gerade uns gegeben? Ich weiß es nicht. Meine Fresse, wie kann man nur so respektlos sein und eiskalt mit Remington spielen? Soll ich hier durch die Wand mal kurz sprayen? Okay, den habe ich geholt. Ohne Scheiß, Mann. Wer spielt denn bitte mit Pumpe? Lol. Die haben alle kugelsichere Weste, oder was? Okay. Ich laufe jetzt hier mal lang. Kommt der von hinten? Jo. Jo. So, ich würde jetzt mal ganz gerne meinen Orbit haben. So, was ist hier? An 490. Nein. Ich will die aufheben. Ja, okay. So, sehr gut. Kurz vor Orbit. So, wer, ich sterbe jetzt. Okay, oh, wie habe ich? Sehr gut. So, mal schauen, ob ich hier eine Nuklear schaffen kann, Jungs. Ich hoffe auf jeden Fall. Ohne. Der Head glitcht mir zu viel. So, kurz abgewartet. Fakt, der kommt von hinten jetzt hier. Oh, Glück gehabt. So, die zwei habe ich auch noch geholt. Perfekt. So, die... Da ist einer rechts. So, die hole ich jetzt auch noch beide. Na, einen. Komm. Jawohl. So, Konterdrohne, Drohne raus. Da ist einer. Oh, Mann, ich habe keinen Aim. So, Orbit. Okay, Jungs, es läuft eigentlich ganz gut. Okay. So. Läuft, Alter, läuft. Konterdrohne. Fuck. Was? Ich hasse Schockladung. Ohne Scheiß, Mann. Zum Glück habe ich Sturm frei. Es ist so abnormal, diese Hurensöhne, Mann, die das Spiel spielen. Mann, Alter. Ich hasse es einfach. Es ist... Irgend... Ich bin... Ohne Scheiß, Jungs. Ich bin ein Spieler. Der rastet eigentlich nie aus. Aber bei so einer... Boah. Ne. Es ist einfach lächerlich. Es ist einfach lächerlich. Oh, oh. Ich glaube, die Nachbarn kommen. Was ist... Was hatte ich jetzt für eine Schick? Ich glaube, 24 oder so. Ich war nicht mal so kurz vor Nuklear, aber trotzdem, Mann. Es war so... Ich glaube, es war ziemlich schnell. Deshalb hat es mich jetzt aufgeregt, dass ich gestorben bin. Ja, jetzt... Oh, Alter, Jungs. Mann, es regt mich so auf, Alter. Diese Wichser, die das Spiel hier spielen. Mit Schockladung, ey. Er hätte mich nie im Leben geholt, hätte er da keine Schockladung platziert. So. Hier, Remington ist natürlich hier auch. Ha! Bei mir braucht er... Ich kriege drei Hitmarker. Ah. Das ist ja lächerlich, ey. Und ich kriege immer One-Hit in die Fresse. So, hier, Remington kurz nachladen. Oben ist einer. Gibt die bei mir nur Hitmarker, oder was? Was? Ey. Was ist hier los, Mann? Was ist hier los? Das Spiel schraubt mich gerade aufs Übelste. So, jetzt kommt wieder hier der Quickscope-Boss. Nicht. Oh, Gott. Komm schon, zeig dich. Okay, dich hab ich. Kommt da einer? Wow. Ja, der Blitzschlag geht natürlich nur auf mich. Es sind halt nur noch fünf andere Spieler in meinem Team, aber der Blitzschlag geht nur auf mich. Als ob ich nicht schon genug gereizt bin von dem Scheiß-Spiel. Oh, mein Gott. Gott, ich, ey. Ich kann nicht gescheit spielen, wenn ich so aggressiv bin, Jungs. Ich könnte so schreien. Ohne Scheiß jetzt. Ohne Scheiß. Zum Glück bin ich hier alleine zu Hause. Sonst wär's aus gewesen mit der YouTube-Karriere. Meine Mutter hat mir sofort hier alles... ...die ganzen Kabel hier... ...weggesteckt und was weiß ich, Alter. Ausgesteckt, meine ich. Ich kann schon nicht mehr Deutsch reden, ey. Hier so krass regeln mich die Gegend hier auch. So, mal kurz hier nachladen. M27. Mal schauen, was die Waffe hier jetzt noch so drauf hat. Ich hab nur noch zwei Minuten Zeit für den Nuklear. Verdammt. Wow. Oh, Jumpshot. Oh, da hab ich jetzt mal eigentlich mal wieder Glück in dem Scheiß-Spiel. Ja, da kassiert er auch noch mal von mir. Ja, der will nicht sterben, der Typ. Ich liebe diesen Spot hier. So. Hier jetzt ganz gerne mein Orbit. Aber hier mit einer Nuklear wird's jetzt... ...so gut wie unmöglich. Das einzig Positive an dem Spiel ist, dass wir nicht zu früh gewinnen. So, der kämpft hier oben. Ja, Schockladung. Nee, 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 nee. Hä, holst du mich jetzt... Ja, so kassierst du, mein Freund. So kassierst du. Boah. Boah. Ach ja, Jungs. Sorry, dass jetzt wahrscheinlich einige von euch einen Hörschaden bekommen haben wegen meinem Ausraster, Mann. Tut mir leid. Aber wahrscheinlich einige werden's jetzt auch feiern, dass ich ausraste, weil ich ja normalerweise nie ausraste. Okay. Hat der mich gesehen? Ich hab keine Ahnung. So. Den hab ich auch noch geholt. Nuklear schaff ich leider nicht. Ich hätte jetzt fast einen Herzinfarkt bekommen. Das Spiel will mich grad so trollen. Ich nehm sofort Taktikmaske mit nächstes Spiel. Hoffentlich hab ich das schon freigeschalten. Das ist ja abnormal, Alter. Ich bin die ganze Zeit auf Streak gestorben wegen irgendwelchen Schockladungen. Ja, super. Ist mir jetzt auch egal. 60 zu 8, Jungs. Ey, ohne Jungs, ich muss mich jetzt, glaub ich, hinlegen, Alter. Ich glaub, ich beende gleich dir den Part. Weil das ist... Mein Herz hält das nicht aus. 60 zu 8. Jeder Gegner ist negativ. Es ist so lächerlich. Es ist so lächerlich. Ich hätte hier locker was weiß ich mit Double Nuclear oder so machen können. Naja. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich muss mich jetzt echt erstmal kurz hinlegen. Mein... Ich hab... Mir ist schwarz vor Augen. Ohne Scheiß, Mann. Also Jungs, bewerten und kommentieren nicht vergessen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Eroh. Tschüss. Ich bin 1970.